Ja, 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 da sitzt man wieder, Corinne. Was? Achso, ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht von unserer Leistung in letzter Zeit. In letzter Zeit ist irgendwie ja, ist Sparflamme, ne? Ja. Schon quasi kurz vor Flamme ausgehen, ne? 5-3 steht es. Und heute haben wir nochmal gedacht, wir packen unsere Paradediszipline aus Bilderraten. Ganz kurz die Regel. Auf dem Fernseher, hinter den beiden Herrschaften, die auch gerade führen, Benjamin Bründings-Berns und Patrick Hasberg, wird ein Screenshot auftauchen oder ein Fragezeichen, ja? Beim Screenshot ist es so, wir müssen ihn beschreiben, beim Fragezeichen aber auch. Also das Ding ist, es geht eigentlich darum, so zu lügen, bis die Balken sich biegen. Keine Balken. So, die dürfen halt nicht rausfinden, ob wir die Wahrheit sagen oder wir lügen. Also wenn jetzt ein Screenshot da ist, müssen wir das so leiten, dass sie uns das auch abkaufen. Wenn ein Fragezeichen da ist, müssen wir uns auch abkaufen, dass das da ist, was da steht. Ja. Oder ist. Wenn Tobi da ist? Wenn Tobi da ist. Aber nur nochmal zu kurz eben recognizingen. Also man muss aber die äh... Warte, das ist jetzt nur so ein Arzt. Zum Wat? Zum Recognizen? Zum Cook? Also mit Cook? Also okay. Man muss aber schon... Warum sagst du nicht einfach zum Verständnis? Wenn da ein Bild ist, muss man das beschreiben, ne? You know? Ja. Aber wenn da jetzt ein Fragezeichen ist, dann... Of course, Ben. Wenn da ein Screenshot ist, dann kann man das beschreiben. Müssen wir das Fragezeichen nicht beschreiben. Ein Screenshot ist... Ach, nur ein Screenshot, Vladi. Ach so. Ach so ist das also, was ist denn, wenn Tobi wieder zurück in den Kosmos kehrt? Ben, können wir jetzt loslegen mit dem Game, damit wir letztendlich auch recognizing können, dass wir diesen Shit gedroppt haben? Let's do this shit. Okay. So Leute, dann jetzt in die Kommentare schreibt ihr rein, wer das rechtes Team gewinnt. 5-3 steht es aktuell. Ich kann nur sagen, das letzte Bilderraten war sehr lustig, weil der Ben irgendwas Ovales in seinem Gesicht hatte. Das ist ja ein Unend. Ja, ihr seht doch. Ich glaube, da wird ein Ter-Steller drin gekriegt. Ich bin schon so... Black Hole, oder? Das ist so. Deswegen... Die Spassade mit dem neuen Play-Nation! Die Spassade! Wuuuuh! Voll alle Spassade! Da sind wir wieder. Trittrat, vulala! So, wie immer, ne? Handshake. 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 Lass uns spielen. Nicht über Kreuz, das ist ein Unglück. Lass die Spiele. Tobi Arthur, let's play. Für alle. Der lässt oft die Schörter kreuzen. Ja, jetzt kommt er wieder. So, okay. Vladi, dann dropp mal den Shit. Jetzt geht los, ey. Achso, der Vladi hat alles rausgesucht. Wir wissen nicht, was da passiert. Sicher hast du deine Brille aufs... Äh, ja. Oh, ne. Mach die mal wieder weg. Spiegel die? Ich würde es nicht machen. Spiegel die, sag mal ehrlich. Spiegel die? Keine Ahnung. Ja, doch. Du hast mich am letzten Mal auch nicht aufgehabt, Mann. Jetzt sieht er gar nichts. Los. Los. Tu die ganzen weg, Mann. Das spiegelt das wieder, ey. Man kann sich hier auf nichts verlassen, ey. So. Ah, dein Klopf. Dein Knopf. Das spiegelt auch. So, da geht ja wieder super los, ne. Okay, fang mal an jetzt. Ja, beginnen wir mal mit einem Bild. Ziemlich rötlich gehalten. Ja. Ja. Man könnte meinen, von manchen Menschen sind die Extremitäten an bestimmten Gebäudewänden. Extremitäten, ja, quer durch den Raum geschmiert. Ein bisschen Blau ist auch noch dabei, quer fällt ein da. Geschmiert. Ne, geschmiert. Ne, geschmiert. Es ist, äh… Da hinten hängt irgendwie ein Fleischklopf vor der Wand. Da steht eine Zahl. Ne, das ist ein Fleischklopf mit äh… Fleischklopf? Ja, irgendwie so… Ja, irgendwie so… Das sieht aus wie so ein hängender Dönerspieß irgendwie so. Stimmt. Und es ist auch ziemlich, ich würde schon sagen, gar nicht einladend. Also, ich würde da nicht reingehen in diesen dunklen Raum. Ne. Schon fast schwarz der Raum. Ne. Klingt nach einem Splatterraum. Aber… Klingt nach einem Splatterraum, würde ich jetzt auch nicht sagen, ja. So ein paar Blutflecken noch da oben an der Decke und sowas, ne. Ja. Ist schon ganz schick. Hm. Stopp. Müssen das Screenshots aus Spielen sein, ne? Ja, klar. Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ich beschreib nur dort, weil ich sehe, ne. War Thor bestimmt. Ja, gut. Kann ja trotzdem ein Horrorspiel sein. Outlast. Was meinst du denn? Ja, wuff. Schwer zu sagen. Meiner Meinung nach haben die sich das gerade ausgedacht. Meinst du? Die haben einfach ganz normal halt eine Art Splatter beschrieben. So ein Horror-Gore-Scheiß, ne. Kann man beschreiben, kann man sich aber auch gut ausdenken, ne. Ich find, Kevin ist so ein bisschen holprig drauf eingestiegen, was Dennis gesagt hat. Okay, das stimmt schon, ne. Okay, wie lange haben wir eigentlich Zeit, um uns zu beraten? Jetzt ist die Zeit um. Dann sagen wir, es hat sich allen... Haben die sich ausgedacht. Haben die sich ausgedacht. Danke für's! Ja, Mann! Ja, Mann! Ihr seid bei uns, Dennis! Komm, hallo! Geil! Sehr geil! Und dann noch Doom, Ben! Doom! Sehr geil! Guck mal, so fängt das schon gut an. Jetzt hat sie gesagt, das ist so eine Zahl. Du, wir müssen... Seht ihr den Fleischkopf dahin? Sorry, wer da vor der Decke hängt. Wir sind vielleicht da, Jungs! Aua, ey, boah! Geil, warm hier! Cool, ey, aber... Komm, Dennis, jetzt! Ich wollte auch einen sagen, dass das war, aber nächstes Mal muss ich mir auf dem Aufstieg... Jetzt geht es los, Alter! Ja! Man könnte meinen, ich seh den Monitor am Fernseher. Okay, Patrick, guck dir das genau an, ey! Läuft schon? Geht schon los, oder was? Nee! Okay! Okay, Claudine, dann droppen wir da! Okay, Patrick, ey! Was ist das denn da, Patrick, ey? Ist das ein Bild? Ich schon da? Ja, das ist auf jeden Fall ein Bild, ey! Okay! Das sieht mir aus nach so einer Art grünlichen... Ja, was sagt man, Patrick? Ein Case? Ein Case? Was für ein Case? Warum wackelst du mit deinem Bein? Bist du nervös? Sorry, ey! Das ist ja recht grünlich gehalten im Umfang. Ja, ne? Ist das ein Monster? Ja, das ist auf jeden Fall ein Monster. Das hat riesige Zähne, alles! So wie du, oder was? Meinst du das gefährlich? Das leuchtet auch in der Nacht auf jeden Fall. Meinst du, das würde Kinder oder Babys fressen? Pff, wenn nicht sogar erwachsene Menschen, ne? Meinst du, das schafft das? Ja, klar! Welche Farbe hat das Monster? Boah! Boah, das ist schwer. Das ist ein sehr hässliches Monster, muss man sagen. Ja, meinst du? Sehr, sehr hässlich, sehr groß. Was ist das für eine Farbe, so? Pff, sagen wir mal, gelb, ne? Gelb. Gelb, ja. Und sonst, echt? Boah, ihr haut da richtig raus! Es ist total hässlich, es guckt total creepy irgendwie. Also ich wollte das Monster nachts nicht im Wald sehen. Also es ist multifarbe. Da würde ich auf jeden Fall weglaufen. Also ich würde vermuten, es ist ausgedacht. Ja, okay. Am Anfang kam Ben nämlich plötzlich, also erst kam nix, dann kam plötzlich grün. Dann kann er sich natürlich hier von der Wand geholt haben und so was, ne? Weiß ich nicht. Also ich würde sagen... Ich sag, es ist real. Ich würde sagen, es ist real. Weil die nämlich mit aller Kraft so getan haben, als ob es nicht existiert. Und die haben die gleiche Gemasche gemacht, wie wir das gemacht haben. Deswegen sage ich, also ich sag, du entscheidest... Ne, ich entscheide gar nix. Du kannst mich mal entscheiden. Du entscheidest gar nix. Also ich würde sagen, es ist ne Lüge. Aber das bleibt natürlich dir überlassen. Ich wünsche dir viel Glück. Es könnte Pläne für Zombies sein. Es könnte Pläne für Zombies sein. Es könnte irgendwas von Mario sein, mit einer Pflanze. Ja. Ich sag, es ist echt. Patricka! Was soll ich da? Was soll ich da haben, Kirby, ey? Okay, 100 zu 100, ne? Ne, 200 zu 200. Patricka, wo sind die Emotions bei dir alle? Schade. Schade. Wir waren nah dran, ey. Ich bin im Tunnel. Wir waren nah dran, ey. Der ist gut im Tunnel, ey. Ich bin konzentriert einfach. Wir waren nah dran, ey. Ah, ärgerlich. Egal. Da hätten wir besser vonziehen können, ne? Ja. Na gut, davonziehen ist gut. 100 Punkte. Punktestand? Ja, 200, 200, ne? Ich würde sagen, genug. Aber Tobi geht immer, oder? Wir spielen einfach. Oh, ja. Das ist auf jeden Fall sehr toll. Es ist sehr fahrfroh. Ähm. Es ist sehr fahrfroh. Also wir haben da eine Figur in der Mitte stehen mit so einer Kanone und da kommen halt irgendwie so, was ist das, Farbtropfen raus? Ja, es sind auf jeden Fall unterschiedliche Universen, ne? Also Kopf über und unten nochmal waagerecht, also richtig gedreht. Ah, Multiversum quasi. Ja, und da hängen dann an so einem Seil, an so einem Seil. Äh. Ja, es sieht auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die fliegen können, die Gegenstände, aber es könnte auch sein, dass da ein Seil hängen, ja. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht genau. Wie es da schwerkraftmäßig aussieht, ist ne gute Frage jetzt. Und, ähm. Es ist auch, wie soll ich sagen? Es muss echt sein. Es ist schwer zu erklären. Nee, doch. Echt? Ich hab das so ein Gefühl gerecht. Da sind auf jeden Fall, die Kanone ist, äh, auch in mehreren Farben. Boah, ihr lenkt ab, die Kanone ist in mehreren Farben. Aber es sind auch, die beiden Städte sind auch, äh, und, äh, kopfüber, ne? Also oben und dann... Es ist auf jeden Fall mehr Spiel, das Spiel, weil man sieht im Hintergrund auch noch Farben. Aber es ist kein Spiegel, ne? Nee, es ist kein Spiegel. Kein... Kein Spiegel. Es ist, äh, ein Uni-Universum, würde ich fast noch hoffen. Es sind auf jeden Fall mehrere, mehrere. Also wenn es kein Spiegel ist, dann ist es auf jeden Fall zweierlei Universen, sage ich jetzt quasi. Die können sich sowas Komplexes gar nicht ausdenken, oder? Können die nicht. Die haben sowas, äh, ja. Dann beschränkt das hier und könnt das gar nicht verarbeiten. Das stimmt, ja. Ich weiß auch nicht, ich hab echt, ich hab schon direkt ein Bauchgefühl gehabt, das muss echt sein. Also ich curry so, ich guck curry an und er sagt einfach echt. Ich hatte eben, eben, falsch, also... Oder er ist ein ultimativer Lügner, aber ich sag jetzt, ich sag jetzt, es ist echt. Danke schön für die... Ja, Mann! Wow, jedenfalls! Läuft doch! Sehr geil! Dadurch, dass da echt immer Bilder sind, ist das halt schön. Sehr geil. Ich hab versucht, Splatoon zu beschreiben. Ja, aber... Ich dachte, wie springen sie dann auf? Ja, aber wir haben doch schön umgespielt. Bei den mehreren Welten ist es gleich vorbei. Sehr geil. Aber das Ding ist, wir klangen nicht unsicher, weißt du? Das war gut. Ja, ihr klangt sehr sicher. Ja. Oua! Du hast dran geschlagen, ey. Ja, leg mal los da, ne? Ich würde mal sagen, 400 zu 200, Leute. Ja, Mann! Komm, Leute! Ich bin ready! Okay. Okay, sowas! Uua! Uua! Oh, Patrick! Bist du bescheuert, ey? Aua! Ja! Hallo erst mal. Wollt ihr nicht mal anfangen? Die Zeit läuft, ne? Sehr, sehr, sehr viel Raum, will ich jetzt. Also, ne? Viel Raum ist da. Ja, das ist quasi so eine Art Komplexität vorhanden. Auf einer gewissen... Kompetitive Komplexität in einem leeren Raum. In einem Vakuum. Vakuum, kann man sagen, weiß man nicht. Das sieht man jetzt nicht schlecht, nicht gut. Ob das ein Vakuum ist. Was? Hä? Es könnte auch eine Art Paralleluniversum sein. Hat man grad auch. Wenn man so darüber nachdenkt. Ach so, ja. Aber recht einfach gestrickt. Also sehr, ne? Es gibt keine komplexen Formen oder so. Oder Farben. Mhm. So, als hätte Dennis sich dieses Universum ausgesetzt. Also schwarz. Das muss relativ einfach sein, eigentlich. Ja, es ist einfach gestrickt auf jeden Fall, ne? Ach so. Da ist nicht viel. Das war's. Das war's. Seid ihr fertig oder was? Echt? Also, das war eine Beschreibung von den Göttern. Schon fertig? Sieht aus dem Raumschiff. Ne, das ist ein Raumschiff. Seid ihr fertig? Der ist auf jeden Fall in weiß gehalten. Mach jetzt auch so. Wir sind doch schon fertig. Ach so. Hä, Vladi? Ja, ich wollte dir noch bei Informationen. Der ist doch noch nicht vorbei. Der wird gesagt, wenn's vorbei ist, ne? Sorry. Also. Ich würde sagen, es ist echt. Rein von der Rotation her glaube ich nicht, dass wir drei Fragezeichen danach haben. Wobei man sagen muss. Wobei man sagen muss. Ja, wir haben das nächste Mal gegriffen. Fragezeichen ist auch weiß und schwarz. Ich glaube aber, dass das Ablenkungsmaß war. Ja, denke ich auch. Ich glaube, dass... Was sagst du da? Soll ich jetzt sagen? Sag. Ich glaube, es ist echt. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Wunderbass! We are back, ladies and gentlemen. We are back! Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, voll. Alles so wie beim letzten Mal. 500, 200. Alles so wie beim letzten Mal, Ben. Es hat sich nichts verändert, mein Freund. Okay. Nein, 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 nein. Nicht mit dem Böse von Ben. Genau, hast recht, hast recht, ey. Aber wieso 500, Vladi? Wir saßen noch vorhin auch da. Die müssen dann 400 haben. Die haben einmal als Lügner gewonnen und zweimal als Erraten. Wir haben zweimal als Lügner gewonnen. Hm? Ja. Ja, ja. Also, okay, so. Weiter? Okay. 500 zu 200. Das ist, äh... Ja. Also, wir sind... Ein sehr bekannter Mann, würde ich mal sagen, ne? Sehr bekannter Mann, ähm. Ja. Ist quasi, ähm... Leicht bräunlich gehalten. Leicht bräunlich gehalten. Hat aber auch ein paar Pigmentstörungen im Gesicht. Ja. Ein, äh... Flottenscheitel. Flottenscheitel noch gekämmt. Ähm, es ist auch so, dass der Mann schon mal sportlich, äh, in Erscheinung getreten ist, ja. Und ein sehr tolles körperliches, sportliches Vergnügen teilt mit anderen Leuten. Ja. Es sieht auch gerade so aus, als würde er sich sportlich betätigen, ne? Ja. Also, auf jeden Fall würde ich sagen, dass er sich auf jeden Fall irgendwie sportlich betätigt gerade. Ähm... Ja, was sieht man denn da noch? Im Hintergrund, äh, haben wir, ähm, Maschinen. Ähm, Maschinen. Ja. Und, äh... Leicht bläulichen Boden oder sowas. Es sieht aus, als wäre das schon mal ein Fragezeichen mit irgendeinem Typ an. Boden oder sowas. Also, ich sag mal so, wir kennen den Herren alle. Ja, wir kennen den Herren alle. Das stimmt. Ja. Wir kennen den alle, weißt du. Was soll das heißen? Ja. Okay. Okay. Wir dürfen nicht mehr sagen. Das ist ein Fragezeichen da oben oder was? Das ist ein Fragezeichen. Das ist ein Fragezeichen, ja. Ja. Ist das eure Antwort? Wir sagen, das ist ein Fragezeichen. Ja, Mann! Der Donny! Der Donny! Der Donny hat aufgereiht! Scheiße! Weißt du, ihr habt Tobi gedacht, ne? Deswegen, weil, äh, Donald Trump hat schon mal beim Wrestling mitgemacht. Der Donny, der Donny hat aufgereiht. Ich weiß nicht, dass man jetzt immer bei Fragezeichen Leute drauf hat oder so. Das ist doch scheißegal. Okay. Wie viel steht's? Wir sind auf jeden Fall am Führen. Wir sind am Führen! Wir kommen! Was? 700 zu 200. Bitte nochmal? 700 zu 200. 700 zu 200! Können wir noch aufhören, André? Na, wie ist der Gesamtstand? 5-3! Ja, das ist ja scheißegal! Das ist erst... Ey, die Torte ist erst gegessen, wenn die Torte weg vom Teller ist, ne? Okay, auf geht's! So sieht's aus, mein Freund! So, ist das bei der Radio oder was? Die Nacht, die dauert viel zu lang, Patrick! Eine Gruppe von... Sind das Kinder? Kinder, die da vorne in einer Reihe aufgestellt sind. Das sind auf jeden Fall bekannte Kinder. Sind das bekannte Kinder? Das sind bekannte Kinder. Das sind bekannte Kinder. Der eine hat irgendwas auf dem Kopf. Könnte ein Hut sein. Könnte ein Hut sein, ja. Der andere hält seinen Stab fest. Der hält den ganz fest in der Hand, den Stab auf jeden Fall. Und die stehen in einem... Ja, das ist kein Raum, eine große Halle oder so, würde ich das sagen. Ja, das sieht aus wie ein leerer Raum. Was in jeder Raum? Ich kann das Bild quasi spüren. Quasi ein leerer Raum, direkt vor den... Sagen wir mal, das sind Freunde. Sagen wir mal so. Meinst du, die helfen sich gegenseitig oder die sind gegeneinander? Ja... Keine Ahnung. Die sind bestimmt mal gut, mal beleidigen sie sich, wie es bei guten Freunden der Fall ist. Wie bei Dennis? Kennen wir ja. Wie heißt das so schön, man hat nur einen guten Freund, wenn man auch mal sagen kann, du bist ein Arsch. Ach so. Das stimmt. Schön zu wissen. Ja und sonst noch so ein paar Träge? Säulen? Was? Ich glaube es ist echt. Ich sag auch. Ich glaube es ist echt. Aber warte mal, weil... Ich glaube es ist echt. Eine dunkle Halle. Und davor... Ich glaube es ist echt. Ich meine, es könnte so etwas wie Until Dawn sein. Ja, keine Ahnung. Ja, das passt mit der Gruppe, das stimmt, das ist sehr gut. Oder so ein Left 4 Dead, aber der strahlt schon zu sehr. Ich glaube der ist schon zu sicher, dass wir... Sehr gut. Ich glaube es ist echt. Aber du bist dran, Dennis. Du musst diesmal die Antwort sagen. Mit Until Dawn klingt sehr gut, mit der Gruppe, das passt auch eigentlich. Guck mal wie nervös der ist, der hofft, dass wir es nimm. Guck mal wie der zittert. Ich weiß es nicht. Der zittert die ganze Zeit. Ich sag... Der zittert die ganze Zeit, Dennis. Lass dich nicht verunsichern jetzt. Ich sag es ist echt. Ja! Ja! Scheiße! Du wärst fast gekippt noch, ne? Du wärst fast gekippt. Aber du hast... We are living in a submarine. Heute sind wir nicht ganz da. Das ist auch nicht. Ja, aber hätt das sein können. Wir können einfach nicht lügen, oder? Hätt das sein können, Leute. Was jetzt? Wie steht denn, Vladi? Wir wissen nicht, wie viele Bilder da kommen. Es kommt eine Einzahlung, der ist es gewonnen. 200. Was? Wie der mal schreien muss. 800 zu 200. Ist das geil, oder was? Okay, dann können wir direkt so weitermachen. Können wir mal aufholen? So, Vladi, hau mal raus, das Bild da. Wie viele kommen denn noch? Ja, das ist auf jeden Fall erstmal ein schönes Bild. Wie viele kommen noch, Franzi Vladi? Ja, ist ja egal. Das darf man nicht sagen. Spielen wir einfach. So, es ist grün. Es ist grün, würde ich sagen, mehrere längliche Formen. Manche breiter, manche dünner, manche dünner, manche eher weiß. Auch im Hintergrund ein bisschen bläulich gehalten. Ein bisschen, ja, ja. Der Hintergrund ist aber sehr, sehr viel bläulich. Ja, da gibt es auch noch was anderes außer irgendwelche Farben. Ja, da gibt es auch Kästchen und Rechtecke. Und lange, dicke Rohre. Und runde, kleine, ballartige Dinger, die irgendwie, weiß ich nicht. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Welt, in der man vielleicht auch leben müsste. Die sind auf jeden Fall in diesem großen, in diesem großen blauen Etwas. Ist das auch sehr eng bestimmt? Sind die da am rumschwimmen oder sowas? Oder sowas? Ein Tetris? Schwimmen? Würdest du einziehen? In die Welt? Ja, eben. Ich hab keine Ahnung, Mann. Die lauert die ganze Zeit nur was von Farben, Alter. Wie sollte man da auf eine Antwort kommen? Echt so? Ja, ich glaube, das ist ein Fragezeichen. Meinst du? Ich weiß es nicht mehr heute. Was? Ich würd sagen, es ist echt. Echt? Aber er hat einfach, keine Ahnung, er hat nur gesagt so, weißt du, um nicht zu viel zu sagen vielleicht. Das wär vielleicht noch mal ne Sache. Mhm. Die würd mir grad so einfallen, aber sonst wär ich auch am Ende mit meinen Lateinen. Du? Ja, Latein und so. Also sagen wir, es ist wahr, aber er wollt sich einfach nicht zu viel Preis geben, ey. Ich will das Risiko nicht schon wieder eingehen. Ja, ihr müsst natürlich jetzt auch Punkte aufholen, ne? Nein. Und jetzt mal ne Antwort geben, ne? Dimm, 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 dimm. Okay. Wir sagen, es ist ne Lüge. Ja, Mann, dimm, 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 dimm. Ich wusste jetzt. Heute kann ich aber keine Gäste. Was ist denn Lüge? Ich hab dir noch gesagt. Dimm, 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 dimm. Wir haben uns auch nicht noch mal. Ich wusste es. Ach, ist das schön. Läuft doch heute, was ist ja los denn? Hab ich irgendwie was gesündet? Oh, guck mal. Oh, Beef MGSB. Ist da, ist da etwa die Stimmung am Kriegel? Egal, ob es bei uns schräglaufe kürzlich halt immer zu reden. Ja klar, ich auch hier in der letzten Woche. So, okay. Was? Scheiße. So, okay. Nächste Runde oder was? Ich bin ready. Das kippt man ja, ne Patrick? Wir sehen ein Monster. Schon wieder. Ich seh nix aller. Ein Monster. Den musst du doch gar nicht. Mit einer recht üppigen Wohlgebrachten. Das stimmt, ne? Mit einer, ein Monster mit einer recht üppigen Wohlgeformten Oberweite. Das, ja und diesen Kreis da, das ist ein recht bekannter Kreis. Der Kreis ist orange auf jeden Fall. Ein recht bekannter Kreis. Kann man durchgehen oder nicht? Also, ich find's schon recht erotisch. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man diesen Kreis auch in irgendeiner Form nutzen würde, dann... Das hätte ja auch einen realen Mehrwert für viele Leute, ne? Weil man den Pimmel da drinstecken kann oder was? Da kann man vieles reinstecken. Kann man auch durchgucken. Was man damit alles machen könnte, ey. Durchgucken kann man auch. Durchgucken kannst du auch. Super. Wunderbar. Gibt's jetzt das Loch denn wirklich? Oder den Kreis? Hä? Ja. Also, ne, nicht direkt. Ne, das gibt's nicht. Achso. Ich hab die Vermutung, dass es echt ist. Ja, hab ich auch. Und das ist dieses... Ja, ist ja keine Ahnung. Doch. Ich möchte auch sagen, dass es dieses Indie-Game, was der Patrick so geil findet. Dieses Nightmare... Nightmare in Dingsview. Weil da gibt's ne dicke Oma, ja? Die hat auch nen Ausstieg wie sonst was. Aber der Ben, der freut sich schon innerlich. Der kann sich kaum zurückhalten. Das könnte wiederum... Ich glaub, ich glaub, dass das Bild echt ist, Dennis. Ich bin... Dann entscheide du. Ne, du bist dran. Glaub ich. Okay. Ich höre auf Curry seinen Rat und ich sage, das Bild existiert. Yes! Oh mein Gott! Was ist los? Hey, wieso jetzt? Was ist los? Das existiert ja nicht. Ja? Ich mein, oh mein Gott, weil das so peinlich für euch ist. Hä? Wie ist das existiert? Das ist ein fettes Bild, Alter. Das ist kein Fragezeichen, Alter. Hä? Aber das ist doch ein komplettes Bild. Hä? Ne. Es dürfen nur Screenshots aus Bildern als Bilder gewertet werden. Hä? Seid ihr dumm? Ja, das meinte ich doch, dass das halt eigentlich so geil ist. Das ist ja wohl ein komplettes Bild. Vorher waren immer nur schwarze Hintergründe mit einem fetten Fragezeichen. Da waren kleine Bilder drin. Ja, das nächste Mal müssen wir noch mal überarbeiten. Gut, wir haben uns sofort umgedreht, haben gedacht, das wäre echt. Also das ist echt... Ja, egal. Müssen wir jetzt durchgehen lassen. Das, was ich die ganze Zeit schon sagte. Ganz ehrlich, das Bild ist komplett Schwachsinn. Also ganz ehrlich. Die Bilder davor fand ich... Es darf nicht mehr eigentlich als ein Fragezeichen drauf sein. Doch, es darf... Es müsste mehr... Ich sag mal so, es muss mehr schwarzer Prozentanteil sein als die eigentliche Sache. Ja, oder einfach überhaupt nicht. Ist halt egal. Aber das ist halt kompletter Bullshit. Guck mal, wir haben uns umgedreht, haben gedacht, wir hätten Recht, weißt du. Also... Da musst du nochmal recherchieren. Ja, ich gebe euch da Recht, muss ich ehrlich sagen. Also... Wie steht's dann? Wie steht's dann? 1.000 zu 400. Ich dachte gerade, wir hätten Recht. Ganz ehrlich, ne? Das war... Ich wollte schon aus... Ich wollte schon ausflippen und über den Boden rollen. Ja, aber guck mal, das Bild hat jetzt kurz den kompletten Fernseher eingenommen, ne? Ja, ich sag ja. Bei Tobi war das ja auch so... Also Tobi nimmt den ganzen Fernseher ein. Sie hat auch den ganzen Fernseher eingenommen. Wenn du hier letztes Mal gelacht habt, da war das ja klar, dass da was ist. Weißt du? Zubinator, mein Schatz, wenn du das gehörst. So. Tobi, ey. Das sind aber viele Bilder, ne? Okay. Ach, scheiß, Mann. Ich hätte sagen müssen, das wäre eine Lüge. Weil am Anfang bin ich nach vorne gegangen. Da hat der Gwen gesagt, ich muss was sehen. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Dann hab ich gesagt, du musst doch eigentlich gar nicht. Stimmen muss ich eigentlich gar nicht, weißt du? So. Da war das eigentlich schon aufgedeckt, ey. Scheiße, Mann. Und jetzt haben wir eine Mutti. Ist doch eine Mutti im Bild? Hä? Also, wir haben sehr... Oh, schon wieder die Lieblingsfarbe von uns. Wir hoffen grün. Wer verrät das? Grün. Ne, Curry? Was? Grün. Viel Grün. Wo? Ja, Grün. Grün. Und das Grün gehört auch zu mehreren Bäumen. Ein paar Fässer haben wir auch noch? Ein paar Fässer. Fässer und Kisten? Ja. Ja, da hinten könnte eine Kiste sein. Bin ich mir aber nicht sicher. Wald und ein paar Fässer. Also Fässer sind auf jeden Fall... Fässer und Kisten, wie man es vielleicht von Crash Bandicoot kennt. Ja. Ungefähr. Es handelt sich hier um Crash. Mit extra Grafik. Und da hinten ist noch ein, weiß ich nicht, trollartiges Tobi-ähnliches Ding. Irgendwie so... Ja, weiß ich nicht. Es ist eine schöne Welt auf jeden Fall, ne? Es ist eine schöne Welt mit ganz... Was sagst du denn? Keine Ahnung. Ich würde sagen, es ist echt. Es gab jetzt keine Anhaltspunkte, zu sagen, es wäre eine Lüge. Die haben einfach ein ganz normales Bild erklärt. Ja, ist es echt? Haben sie, ja. Ganz normales Bild. Crash wäre okay. Aber sicher sein kann man sich auch nicht, ob sie sich nur ein Bild erklären. Ja, klar. Vielleicht haben wir auch ein Phänomen erklärt. Patrick. Was für ein Fehler? Ist echt. Okay. Ja, ist echt, ne? Ja, ist echt. Kann man ja machen. Alles klar. Wie viel kommt denn noch? Ach ja. Wie viel kommt denn noch? Ist doch scheißegal. Wir führen immer noch Tennis. Ich habe heute Morgen das falsche Bild kopiert, deswegen ist ein Rechtschafffehler. Was? Rechtschafffehler. Er ist ja nicht schlimm. So, nächster. Wie ist denn der Stand gerade? Ach so. 1.000 zu 500. Okay, ja gut. Da müssen wir jetzt natürlich, also wenn die jetzt die 200 holen, ist natürlich noch mal wieder kritisch, ne? Aber Dennis, wir müssen... Man weiß ja nicht, wie viele Screenshots noch haben. Wir müssen aufpassen. Ja, deswegen. Deswegen müssen wir einfach spielen und unser Bestes geben. Komm, Dennis, jetzt hier. Okay. Los geht's. Analysenblick. Kommt da noch was? Patrick. Ich seh da was. Geil auf jeden Fall. Richtig geil. 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 Geil trifft es auf jeden Fall sehr gut. Wir betreten einen dunklen Raum. Da gehen wir rein. Die Nüsse will er oder was? Da gehen wir rein. Ne? Ja. Da hält jemand seine Stange. Ja. Kann man, glaube ich, so beschreiben. Eine geile Stange, oder? Ist... Na ja. Ist halt eine Stange, ne? Ist halt eine Stange, ne? Keine Ahnung. Welche Farbe hat die Stange? Silber. Silber. So eine Silberstange. Alles klar. Oder eher Grün. Ne. Okay. Keine Grün. Hä? Und sonst noch irgendwelche Farben da? Wie der Karin die ganze Zeit die Farben umschrieben hat. Echt so? Ja. Ist ja eher dunkel gehalten. Der Raum ist dunkel gehalten. Es gibt nicht so viele Farben. Der Mittelpunkt, der besteht eher aus... Da gibt's mehrere Farben, so ein bisschen heller und so. Schwarz ist auch auf jeden Fall da? Ja, aber nicht im Folklo. Okay. Ich glaube, es ist nicht echt. Also gerade, weil es ist so gut beschrieben, schwarz und dann in der Mitte hellere Farben. Das wäre zu einfach. Ja, das wäre zu einfach. Aber vielleicht ist es deswegen genau das. Ne, weiß, weiß. Das Ding ist auch Curry. Ähm. 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 Ich glaube, dass es echt ist. Aber dass es irgendwas Simples wieder ist. Ne, ich glaube, dass es nicht echt ist. Ne, du bist dran. Ne, ich hab vorhin schon falsch gesagt. Im falschen Zimmer. Okay, also ich glaube, wie gesagt, ihr habt das extra irgendwie so beschrieben. Ich kann natürlich auch falsch liegen, ne. Weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, es ist ne Lüge. Ja. 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 Oh, das gibt's doch nicht. Ja. Gegen die A-Bahn. Ernsthaft, ey. Geile Stange. Ah. Stange, Mann. Stange. Das war gut. Das war zu nah an einem Fragezeichen, ey. 1700, ne? Ah Gott, ey. Genau. Solche Bilder sind aber gut. Weil dann weiß man ja nicht. Wie lange geht das Ding, ne neue? 1000 zu sieben Monate. Frag doch nicht jede Runde, mach das Spiel einfach jetzt hier. Okay. Ich weiß nicht, was die Franzi da noch raushaut. Eben, wir müssen jetzt bis zum Schluss echt uns konzentrieren. Ja, mach das mal, ne? Guck dir den Typ an. Ich sag's dir. Guck mich an. Irgendwann machen die Fehler. Okay, die haben beide gleichzeitig losgelacht. Da ist irgendwas Witziges auf jeden Fall. Was sind nämlich ihre Schwäche? Die können nämlich nicht lachen. Also, wir haben hier eine Welt, die ist blau diesmal. Warum ist die lustig? Weil da lustige Figuren drin sind. Was für Figuren? Und zwar eine Figur mit einem Riesenmaul, die eine andere verschlingt. Ein Riesenmaul? Wie lustig. Ja, das sieht lustig aus. Weil die andere rennt nämlich auch, ne, Kerry? Ist das, ist das, aber muss ja ein Spiel sein, ne? Ist ein Spiel, ja. Und die andere Figur rennt auch. Also, das Spiel würde ich auch gerne mal spielen, ey. Ich glaube, das kam damals für eine Konsole raus, als Launcestil, wenn ich richtig hab. Okay. Und es ist sehr farbenpro. Wir haben es heute aber mit den Farben. Ja. Farben, alles da. Es ist, ähm. Zwei Protagonisten, ne? Ja. Ja. Die auf jeden Fall sich sehr, sehr fröhlich und glücklich zeigen im Bild. Meinst du, das muss ein... Ich weiß nicht, ob beide lachen, aber einer sieht auf jeden Fall so aus, dass einer lacht. Es könnte aber auch täuschen, vielleicht. Es könnte aber auch täuschen, vielleicht. Es könnte aber auch täuschen. War das schon? War das schon? Oder es könnte so eine Armehme sein. Eigentlich müsste jetzt ein Fragezeichen kommen. Ja, ist schon, ne? Aber die haben beide wirklich gleichzeitig losgelacht, ne? Ja, eben. Da ist, da ist auf jeden Fall was. Da muss irgendwas sein. Aber es ist wahrscheinlich wieder ein Fragezeichen mit Tobi in Nackt oder so. Oder ist das jetzt halt ein Screenshot, ne? Ah. Ein Fragezeichen wär halt wahrscheinlicher, wenn's... Ja, ich glaube, es ist ein Fragezeichen, aber mit irgendwas Lustigem drauf. Ja, weil die sind meistens lustiger. Es kann aber auch echt ein gutes Screenshot sein, was der Vladi ja ausgesucht hat. Aber was soll das mit ein Spiel sein? Das kennt ihr. Wo da eine was... Das könnte Spore sein, oder? Ja, kann sein, ja. Aber da sind auch zwei Protagonisten nicht. Vielleicht ist das sogar auch ein Screenshot, wo da noch was raufgeschoppt wurde. Was dann? Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. So, könnt ihr euch jetzt gerne gleich anfassen. Patrick? Was sagen wir? Sagen wir, es ist ein Fragezeichen oder nicht? Ja, Fragezeichen. Sicher? Wir dürfen keinen Fehler machen. Wir sagen, es ist... Ich glaube, Dennis will gerade sich freuen. Können wir sagen, es ist echt scheiß drauf. Ja, ist echt! Ja! Boah, wir haben sie so genagelt, Alter. Am Schluss. Ich hab das Lachen hat's gerettet. Das hat's echt rausgerettet, ne? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Nach der schlichten Entscheidung. Jawoll, Dennis. Das ist übrigens das letzte Bild. Yes, baby. Ah, Dennis. Der beinahe unweserlich über euch beide passiert ist. Ob sie Lüge erhalten, äh... War wenigstens aber noch gekämpft. Ah, schön. Also, meine Damen und Herren. 4 zu 5. Es wird wieder spannend, liebe Freunde. Handshake. Den darf man natürlich nie vergessen. Und warte, zack. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns im nächsten Battle, würde ich sagen. Und da geht's diesmal um etwas Tolles. Wir fragen nicht was, ja? Wir hängen uns an euch ran, Freunde. 5 zu 4. Also, spannend. Und nicht vergessen, äh, das Team, welches zuerst 10 Punkte im Gesamtwertung hat, äh, in der Gesamtwertung, kriegt den Pokal. Den Pokal. Von der Nation Battle. Tschüss. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss blimme Malung. Tschüss. 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 Leszes Majoritas Met Bregenz.